Musik Es ist so dieser Moment im Hier und Jetzt. Es ist nicht das Vergangene, es ist nicht das Morgen, sondern das tatsächlich zu schaffen im Hier und Jetzt und die Atmosphäre zu erspüren, zu genießen. Es ist dieses innige Miteinander, dieses über die Sinne, dieses Sinnliche. Das ist das, was mich vor allem beim Tango anspricht. Seftab Sesser tanzt zweimal die Woche bei Tango Passion in Münster. In der Tanzschule gibt es regelmäßig ein Potluck-Dinner, ein Zufalls-Mitbringbuffet für alle Tänzer. Besonders beliebt, Seftabs türkische Apfelplätzchen. Kleine, süße Hörnchen mit einer Apfel-Walnuss-Füllung. Beim Backen hilft ihre Freundin Aiten Aksoy. Los geht's mit den Äpfeln. Die beiden Frauen treffen sich gerne zum Backen. Die türkische Heimat verbindet eben. Für die Füllung kommen noch Zitrone, Vanille, Zimt und Zucker und Walnüsse dazu. Backen ist für die Ergotherapeutin der perfekte Ausgleich zu ihrem Job. Die 55-Jährige ist in der Türkei geboren und in Münster aufgewachsen. Wie heißen denn diese Apfelplätze eigentlich auf türkisch? El Maluk Krabi. Ein türkischer Klassiker. Für den Teig zerlassene Butter, türkischen Joghurt und ein Ei vermengen. Und einen Schuss Öl dazu. Wichtig, türkischer Joghurt sollte es sein. Weil türkischer Joghurt bisschen fester ist als normale Joghurts. Was ich immer gerne hole, ist den 10-prozentigen. Der ist schon fast wie so Frischkäse und schon richtig zu schneiden. Und der gibt dem Teig natürlich auch nochmal so was Frisches. Jetzt das Mehl mit Backpulver und Vanillezucker vermischen und zur Joghurtmasse geben. Dann alles verkneten. Ein Leben ohne Tango kann sich Seftab Sesser nicht mehr vorstellen. Wie sind Sie denn eigentlich zum Tango gekommen? Ja, über einen ganz, ganz lieben Freund und Kollegen, der einfach gefragt hat, Mensch, magst du nicht mal mit zum Tango am Asi mitkommen? Und dann habe ich ihn begleitet und war von der Atmosphäre so begeistert, von der Stimmung und von den Menschen, vom Tanz, dass ich direkt am Montagabend in die Tango-Schule gelaufen bin und gesagt habe, hier bin ich. Ich hatte meinen Lebenspartner verloren. Und es ging, im Sommer kann man ja so eine traurige Zeit gut überbrücken. Und ich wusste, es geht auf die Winterzeit zu und es wird ganz hart, Weihnachten steht vor der Tür. Und als dann der Gärt mich gefragt hat, ob ich nicht Lust hätte, habe ich nur gedacht, das ist etwas ganz Wunderbares. Das war die Rettung. Und dann hat er noch ein, was ich nicht mehr sagen kann. Seftab bringt den Teig jetzt in Form für die Hörnchen. Auf die kleinen Teigdreiecke legt Aiten die abgekühlte Apfelnussfüllung. Falten, einrollen und für 30 Minuten goldbraun backen. Ich habe schon immer sehr gerne getanzt und Tango ist so balsam für die Seele, wenn ich dann an einem Abend durchgetanzt habe, dann gehe ich mit so einem leichten Herzen wieder nach Hause und so geschwingt. Und in den Tanzpausen eine kleine Stärkung vom Buffet. Die türkischen Apfelplätzchen schmecken übrigens am besten, wenn sie nicht knackig, sondern eher weich sind. Das Rezept gibt's wie immer bei uns.